So, wir sind jetzt auf der Autobahn und es regnet in Strömen. Der Tag ist auch schon fast vorbei. Es ist jetzt gleich 11 Uhr und ich freue mich schon aufs Bett. Morgen geht's nach Mannheim. Da nehme ich euch dann wieder mit, denke ich. Ja. Sonnenschein in Koblenz. Mit Katzen. Katzen sind super. So, wir sind schon wieder unterwegs. Aktuell haben wir noch in Koblenz. Nachher fahren wir dann nach Mannheim für ein Business-Meeting. Eine Freundin hat abends noch Geburtstag und dann auch die ganzen Freundinnen da von mir. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit, bevor es auf die Autobahn geht und machen erstmal ballistige Sachen. Hier zum Beispiel, Toys R Us. Und hier gibt's sogar Gitarren. Und auch noch so eine, wie ich sie schon immer haben wollte. Und gleich mal anspielen und ausprobieren, wie die klingen. Hier zum Beispiel, Toys R Us. Ich nehme mich auf jeden Fall mit. Bin ich hier gerade an der Mosel. Es ist eigentlich ganz schön hier. Jetzt wird erstmal noch eine Runde Minigolf gespielt auf meinem Stammplatz in der Nähe von Koblenz. So, und jetzt sind wir wieder unterwegs auf der Autobahn nach Mannheim. Das ist noch so circa 140 Kilometer. Falls ihr euch übrigens fragt, wo ich dieses unfassbare Vlogging-Talent hier habe, beziehungsweise wo ich diese Kamera-Auführung gelernt habe, die ja wirklich vermuss ist, dann kann ich euch sagen, dass ich das alles von Jakob und Felix von Future habe. Das können sie sehr, sehr gut. Dieses Vlogging. Singen können sie nicht so gut, aber vloggen können sie dafür umso besser. Und wenn ihr die Indigo-EP von Future noch nicht kennt, dann solltet ihr die auf jeden Fall mal abchecken. Da habe ich auch ein bisschen mitgesorgt. Ich werde euch mal unten in die Videobeschreibung die Links dazu posten. Und dann hört da mal rein. Das ist sehr, sehr schön. Schöne Musik. So, wir sind jetzt in Mannheim angekommen. Jetzt bin ich hier im Hotel Speichersien, wo ich jetzt noch ein kleines Meeting habe und danach geht es dann zum Geburtstag. So, es ist Sonntag. Es war eine recht kurze Nacht und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hamburg. Ich bin gerade noch bei Joschka, da habe ich übernachtet. Also mein Bassisten, falls ihr den nicht kennt. Und jetzt geht es nach Hause.